Hier ist Linda Hesse. Soll ich auch nicht tun, was ich am besten kann? Ich bin ja kein Mann. Ich kann mir Tränen erlauben. Ich bin ja kein Mann. Und eines kannst du mir glauben. Wenn ich heute alleine tanze, schaut keiner mich blöd an. Ich kann spielen und mich dabei himmelsch fühlen. Ich bin ja kein Mann. Ich bin ja kein Mann. Kein Mann. Da träum ich grad mal, verträumt du vor mich hin. Schon kommt ein Anruf, wo ich denn grad so bin. Du wolltest nur mal eben ganz belanglos mit mir reden. Hey, warum muss ich lachen? Schon kommt die Frage, ob ich dich abholen kann. Weil wir doch immer so gute Freunde waren. Und schon erwisch ich mich dabei, wie mir das Herz erweicht. Das ist doch echt nicht zu fassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Das war das letzte Mal. Hab ich schon so oft gesagt. Und hab's doch jedes Mal auf das nächste Mal verteilt. Und auch dieses Mal wird es ganz genau so sein. Leider sag ich viel zu selten Nein. Das war das letzte Mal. Hab ich schon so oft gesagt. Und hab's doch jedes Mal auf das nächste Mal verteilt. Und auch dieses Mal wird es ganz genau so sein. Leider sag ich viel zu selten Nein. Na klar, das mach ich. Rutscht mir ganz locker raus. Doch beim Du kannst mich, sieht das schon anders aus. Da scheinen sich mal eben meine Lippen zu verkleben. Ich kann nichts gegen machen. Dagegen kann ich nichts machen. Das war das letzte Mal. Hab ich schon so oft gesagt. Und hab's doch jedes Mal auf das nächste Mal verteilt. Und auch dieses Mal wird es ganz genau so sein. Leider sag ich viel zu selten Nein. Das war das letzte Mal. Hab ich schon so oft gesagt. Und hab's doch jedes Mal auf das nächste Mal verteilt. Und auch dieses Mal wird es ganz genau so sein. Leider sag ich viel zu selten Nein. Nein. Danke. 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 Vielen Dank.